Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Die Polizei holte den Mann während des EM-Spiels vom Stadiondach in Dortmund. Am vergangenen Sonntag ereignete sich im Signal Iduna Park ein ungewöhnlicher Vorfall, als ein Mann auf das Stadiondach kletterte und für Aufregung sorgte. Die Polizei musste eingreifen und den Mann unter großem Einsatz vom Dach holen. Augenzeugenberichten zufolge startete die dramatische Szene etwa eine Stunde vor Beginn der Begegnung zwischen Deutschland und Spanien. Ein als Fan der deutschen Nationalmannschaft gekleideter Mann wurde beobachtet, wie er die Sicherheitsbarrieren umging und auf das Dach des Stadions kletterte. Der Vorfall sorgte zunächst für große Aufregung unter den Stadionbesuchern. Doch die Polizei konnte rasch Klarheit schaffen und den Sicherheitszustand wiederherstellen. Es wurden keine weiteren Komplikationen gemeldet und das Spiel konnte wie geplant stattfinden. Die Motivation des Mannes wird derzeit von den Ermittlungsbehörden untersucht. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass er in Verbindung mit einer speziellen Gruppierung steht. Experten betonen jedoch, dass solche Vorfälle trotz rigoroser Sicherheitsvorkehrungen nicht vollständig auszuschließen sind. Helmut Müller, Sicherheitsexperte und Berater für Großveranstaltungen, erläutert, Sicherheitsprotokolle sind darauf ausgelegt, die meisten Bedrohungen abzuwehren, aber individuelle Handlungen wie diese sind schwer vorhersehbar. Wichtig ist es, schnell und effektiv zu reagieren, was hier einschließlich der Einbindung spezialisierter Einsatzkräfte gelungen ist. Fans und Spieler zeigten sich nach dem Ereignis erleichtert, dass niemand zu Schaden kam. Es war schon beunruhigend, aber ich bin froh, dass die Polizei alles im Griff hatte, kommentierte ein Zuschauer. Der Vorfall diente jedoch auch als Mahnung, die Sicherheitsvorkehrungen bei großen Sportveranstaltungen weiterhin zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken. Die deutsche Nationalmannschaft ließ sich von dem Zwischenfall nicht bei irren und zeigte im Spiel eine überzeugende Leistung. Trotz der anfänglichen Unruhe konnten die Spieler den Fokus behalten und einen wichtigen Sieg gegen Spanien erringen, was mit Jubel und Erleichterung von den Fans gefeiert wurde. Der Mann, dessen Identität noch nicht bekannt gegeben wurde, befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und wird zur Sache befragt. Ob er mit juristischen Konsequenzen rechnen muss, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Wir sind dabei, den Vorfall vollständig aufzuklären, so Polizeisprecherin Klein weiter. Eines steht jedoch fest, der ungewöhnliche Zwischenfall wird den Fans und Spielern noch lange in Erinnerung bleiben und als kuriose Anekdote in die EM-Geschichte eingehen. Autor Anita Farke, Sonntag, 30. Juni 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.